So, nächste Mission, ein Upgrade habe ich, uh, Bandenfähigkeiten, ja, 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 Ganky Verstärkung, Gesundheit Upgrade, Gesundheit Upgrade 3, nein, brauche ich jetzt nicht, ich brauche Schaden, super, erster Level 48, 48, ja, da kann ich ja wohl lange warten, und anscheinend kann man sich hier nicht so heavy upgraden, dass man ganz immun gegen alles ist, also bei Saints Row 3 konnte man das hier anscheinend nicht so Aufträge, Ne, boah, nur noch 3 Missions, ich mach mal Get, wer braucht schon Zusammenhänge, töte, initialisiere die Virusinjektion, toll, töten kann man, initialisiere die Virusinjektion, so, ab in die Simulation wieder zurück rein, also, Ganky hat mich richtig enttäuscht in dem Saints Row 4 Teil, das ist wirklich doof, richtig doof, richtig doof, richtig doof, aber, ne, was soll's, man kann ja nicht immer coole Sachen raushauen, Generell, Saints Row 4 ist nicht so toll, wie Saints Row 3, Ja, erste Etappe, alle töten, zweite, nee, erste Etappe, Virus hochladen, zweite Etappe, alle töten, die auftauchen, wird gemacht, Get, Mein bester, so, 18 Kills, so wenig, das ist ja mega easy mission, wer kommt da, da kommen Big Heads, Wofür, wofür hab ich denn im Plateo-Strahl, geil, Big Eis, was ist das für ne Bitch, wow, Ich kann den nicht aufladen, Ich kann den echt nicht aufladen, Oder, 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 Nein, ich kann den nicht aufladen, ㅎ, die hauen mich gleich kaputt, Stor Bitch, Stor Bitch, das sind alles bugs im game also bugs in der simulation wow maus jetzt packt bloß nicht herum so alava abknallen stirbt stirbt die simulationen sofort mit dem stampf alles geschafft das geht ja easy alexis so tüte in der serie die videos intention geschafft wohin jetzt so störe das system was sagt dazu ich kann jetzt mehrere male hier so dass hier anstören aber ich denke das bringt gar nichts man kriegt damit nicht wirklich weiter und nur 600 mitte entfernung immer diese entfernungen immer diese entfernungen ja und diese ganze ich will mal noch vielleicht paar diese roboter anzug missions machen weil die waren ja gar nicht mal so schlecht ich denke ich mache jetzt eine roboter mission anzug mission roboter mission anzug mission ja sehr schön so sehr schön welche habe ich gerade angesprochen jetzt kommt das sofort sehr schön ja sind alle bittes gebankt oh ja mit was kann man antworten mit dem mittel ane ja mit dritter maus hast du jetzt alle alle am abknallen wo brauche ich viel kohle so alarm abknallen stirbt ihr habt es nicht verdient zu leben hier verzauen wir sind ja staat wird zerstört ich liebe das war papa ich liebe es wir sind ja staat so sehr schön hier noch paar autos da hat bullen bullen war zerstört schon bronze panzer stört nur wo 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 das vielleicht ein bisschen fliegen damit bin ich schneller vielleicht unterwegs oder auch nicht und man kann nur drei reichen abfeuern das blöd egal so silber rausgehauen schon also schießen mit der linken maus das kam nun endlich anscheinend das ist sehr positiv weil man kann das nicht denke ich überall machen war oder doch mal es gibt immer eine waffe die man nicht abfeuern kann eine die man nicht nur nicht abholen kann so weiter dort gibt es noch einige sagt hier gibt es noch eine gold boah das ging ja easy also die ganzen roboter anzug mission sind mega easy zu erledigen so weiter die leute abknallen die sammeln noch ein bisschen kohle egal beendet so mit mesh anzug vandalismus geschafft hier hier wo denn es war ein bisschen robo dance oh yeah oh yeah oh oh boah 10.000 kohle das war wohl eine schwierige mission schon 45 gar nicht mal so schlecht boah und ich denke glaube 50 ist maximal so silbermedaillen beim fahrzeug man das muss nee das war eine goldmedaille also bitte so gehe zum ziel okay maero gegen position und warte darauf dass es ja warte darauf dass die zielperson erscheint tüte maero damit du ihn als saints begleiter entstehen lassen kannst okay ich muss mal vielleicht sand da und so in die simulation rufen die mir dann helfen mache ich mal kurz will ich mal schauen wie die so kämpfen oder generell was habe ich denn ja so bekanntheitscheck beseitig deine aktuelle bekanntheit geil dann habe ich noch hier sie die lebensforschung die 10 verstärkung tanja dj veteran child julius maero habe ich doch schon ja habe ich doch schon eigentlich gegen die verstärkung auf jeden fall ja so weitere verstärkungen was gibt es noch für weitere verstärkungen mal schauen center anthony birch ich weiß nicht wer das ist bestimmt eine bekanntheit ashley birch papa birch irgendeine bekanntheit aus den usa lebkuchen männer frau weihnachtsmann zukunftsschauen die ich hol mir mal klo ja na klar scheiße dass du es wieder am baggen am spacken tastatur so jetzt geht's weiter jetzt noch den weihnachtsmann rufen natürlich mein kind ja die deportieren ich einfach nur hin so leute ich steige ins fahrzeug ein er könnte ja mitkommen steigt ein weihnachtsmann ein platz ist noch frei sehr schön so einige so gut aufgeteilt wir hatten eigentlich das maschinengewehr da oben ist ja das maschinengewehr drauf geil das auto ist cool das auto ist cool so jetzt hier mal nach links abgebiegen und das fährt auch gar nicht mehr so schlecht das gegen die mobile geht und ich weiß gar nicht was ich jetzt machen muss vielleicht irgendjemand erledigen aber mal schauen was jetzt die mission ist ich hoffe die ganzen leute verschwinden jetzt nicht wenn ich die mission annehmen was wäre blöd was wäre blöd so nur noch 200 meter entfernung gut dass das gps noch funktioniert sonst wüsste ich gar nicht wenn man da hinkommt naja schon aber dann müsste ich die ganze zeit auf die map kommen so für die zielpersonen nur eine zielperson okay das heißt das ist die richtige bum 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 und wo ist die zielperson ich sehe es gar nicht die ist irgendwo dort drüben ab nach dort drüben super ziel angabe da schießen schon unsere leute alle aussteigen abknallen so f4 baff aktivieren so ihr könnt alle ihn abknallen so schnell die pistole auspacken abknallen die person neun stürb wo wo sind meine leute nein das fahrzeug ist im arsch die ganze feinde die füchen an hier kommen klar und kaputt los tritt ihn zu tode ich frag mich mal da ist das sexy kittin scheiße ich bin am sterben hier wirklich ohne scheiße weil das ding mich abknallt das dicke ding der typ haut ab er ist am brennen aber der will noch nicht sterben stirb so maero ziel eliminiert sehr schön so nächste mission sagt mir was die nächste mission ist trifft dich mit johnny auf dem schiff okay ich hoffe ich habe jetzt alle johnny missions abgeschlossen weil ich will jetzt in dieser aufnahme vielleicht alle missions beenden danach in der nächsten aufnahme mache ich dann ja das spiel abschließen wo wo auf dem schiff eine explosion maus der simulation hier drin so nach unten wieder am back im spiel alexis dann ist unten okay die befinden die befinden sich alle irgendwie unten hier unten im schiff da muss man mal runter rennen so was krieg ich verbessertes aufladen singularitätskanone kein bock drauf die macht ihn und diese blöden schwarzen löcher santa ist entlassen worden nein santa wer ersetzt dich denn wir bringen die geschenke nein klo ist entlassen worden nein okay der klo ist böse der kann entlassen so fahrzeuge und upgrade fahrzeug schwebepanzer oder was habe ich bekommen monster truck ufo glitter modell phantom das glitter modell phantom ja 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 dann geht mir gerade zur verfügung sehr schön so aufträge noch die letzten zwei white light white heat so initiiere den letzten code okay kennen sie so ich denke mit der aufnahme komme ich ganz gut hin dann auch scheiße dann schließe ich alles hier jetzt ab und danach in der nächsten aufnahme wird dann das letzte game hier abgeschlossen da gibt es neue games wo wieso bin ich runtergefallen meine tastatur ich hätte auch gewechselt ich verstehe ich verstehe nicht was los ist bestimmt sitzt einfach irgendjemand in meinem kanal in meinem tastaturkanal weil ich habe man ja eine kabellose tastatur und klickt irgendwas herum keine ahnung aber niemand ist in der nähe dort sind dreckige geld gemischen die schrott ist ich habe gedacht dass eine andere gemischen aber anscheinend die gleiche so weil er eins von drei so welche ich meine power so sehr schön ein jump aber flug in die luft in seere so hier auch in seere habe ich gesagt los und ab mit euch in seere alles hier am kaputt hauen nein jemand von unserem ist gestorben ist egal wir sind ja eben war nur situation so kills 3 von 15 welle 2 von 3 so noch mehr kills noch mehr kills los in die luft mit euch hab kein bock hier euch irgendwie lange abzuknallen mit der pistole dauert alles viel zu lange wo ist ab in die luft ab in die luft mit euch hier auch noch mal ihr alle so und die letzten 15 kills 14 küls meinte külsen kills meint ich dann ein jump fly alle hier am herumschreien alle am sterben und halt hier haben alle am külön stirbt die bitches und kommt jetzt ist aber ende ja jetzt ist ende in videos nicht und geschafft nächste mission bitte oder kann ich mich schon mit dir kennen sie auf dem schiff treffen ja wer hat sich mit gehen sie auf dem schiff und dann habe ich gehen sie auch wendet okay da habe ich auch die kinder zu ende und da kriege ich noch von der upgrades und dann noch die letzten von keine ahnung wem da der mir noch fehlt und dann ist ende habe ich alle missions beendet also alle leben mission und da nie nie habe ich ich denke ich habe noch mal nämlich ich weiß es gar nicht ich weiß es gar nicht muss mal schauen muss ich mal gleich schauen ob ich noch mehr neben missions habe ich muss runter dieses mit ihrem laptop wieder auch hier die da steht da so cool okay gateway zentrale in den stadt neu es geht wenn er in den stadt freigeschaltet kehre dort zum schiff zurück oder greife auf affenlager kleidung fahrzeug und banden anpassungen zu bitte sagt ich hab dich beendet nein oder doch nein habe ich nicht da gibt es noch mehr okay so was hier hause sense nene interse dominatrix das möchte noch machen dann in der nächsten aufnahme wird dann doch daraus nichts denke ich muss ich habe ein paar unsere alten szenen szenen verschnitte gefunden und jetzt möchte ich die jane valderama uns interviewen oh ja jane valderama war früher in 1023 so initialisiere die virus lektion okay habe ich vielleicht die beendet die escher jeder cool stand so rein in die simulation schade in der aufnahme schaffe ich denke ich nicht alles hier abzuschließen aber mal schauen vielleicht schon oder auch nicht ich weiß es gar nicht so jump oder den sex bitch ja na klar schaffe ich das so 1 von 3 kills 0 von 6 stirbt so ich war einfach mit meinem stampfer ist jeder geilste ist die das geilste ding ja ich will noch mehr ein auto ich mag wie wenige kills mit dem stampfer stadt vorgeben wir mehr kills los geben wir mal kills die ganzen bullen da kommen zu wenige müssen der bullen kommen so sehr schön sehr schön die luft mit euch allen ok 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 schade nicht keine kills mehr dann hier noch mal alle weg die luft dort sind noch drei bullen los bitte mit in die luft mit euch ja so geschafft wir sind lektion bitte sagt es geht auf schiff sagt bitte es geht aufs schiff ja trifft ich mit echt auf dem schiff habe ich auch die mission von esche beendet wir sehen uns wenn ich bereit bin für eine richtige challenge war weiß gar nicht was das hier macht diese materialisierer oder wartet ist für eine attack dass ich weiß gar nicht was das macht war toll das habe ich nicht eingesammelt so datensammlung 21 vor wenige ich brauche noch ein paar um alles abzugreifen so ist immer zu verlassen boom 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 schön aufgewacht sehr schön so runter zur escher hop 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 jetzt steht sie irgendwo anders er sitzt sie am trainings okay waffe energischwert das energischwert lässt seine gegner praktisch schmelzen geil musste ich mal gleich mir anschauen so ich hoffe von der gibt es keine neuen missions doch von der gibt es noch neue mission schade ja dann wird es aus dieser hausau dann wird naja dann schaffe ich halt nicht alles in dieser aufnahme schade ein schade weil die geht gleich zu einem die aufnahmen so tüte und töten und sterben lassen ne ich mach jetzt die initialisierung die virusinjektion irgendwie die ganze virusinjektion hier 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 mit dem messer sich die nägel schneiden oder was da auch macht lade den virus hoch so ich will mir aber erstmal das energieschwert holen besorgen und danach wird auch der virus hochladen so da muss ich hin da ist ein waffenshop dort auch ein waffenshop hier ich gehe hier dann ist auf dem weg ein waffenshop da muss ich nicht erstmal zurück nach wieder dahin keine ahnung so hopp waffenshop 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 ja ein virus wieder hochladen sehr schön lass mich rein ich will das schwert haben waffen auf dem gateway so oh ja der dildo schläger ein absurdes sexspielzeug mit der tödlichkeit eines baseball schlägers ja das kennt nicht so so ein einziger schwung zerlegt die meisten gegner was das denn hier retifikationsstrahlen und du hast gedacht es wäre böse in den kopf beim husten wegzudrehen äh ne ich hol mir mal das laserschwert ich will mir aber noch anschauen waffenkopf verbessern wie man das hier abreden kann anpassen zuckerstange geil der gute doktor was ist das 9 ultimative waffe unser waffendesigner braucht professionelle hilfe ja eindeutig ne so wie kann man das schwert hier anpassen kühle klinge die wahl eines helden sinjax siedlingsfarbe gelb standard es sieht unpraktisch aus das ist es aber nicht nö ich hol mir lieber hier laser rasierer die laser rasierer waffe jetzt wird rasiert so her damit jetzt mal schauen was man damit anfangen kann oh yeah geil das ding ist ja cool das ding ist ja cool meine nächste lieblingswaffe lieblingswaffe ja du triffst wieder von aliens kontrolliert einfach ich muss eigentlich noch den virus da hochladen dann gehört das mir ist aber jetzt auch egal so jetzt hier hoch nein nicht an eher zu verspringen sondern hier hoch und dann rüber hopp fly rüber dort wasser das ist ein bisschen buggy leggi he ist hier rüber da bin ich auch schon da so Welle 1 von 3 kill 2 von 12 und jetzt muss ich richtig viel töten und die Störbe 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 sind beim indium holz weg mit euch alle alle am sterben sagt in your face wo scheiße die typen kommen die typen kommen so jetzt als ich am kaputt hauen stirbt stirbt ich hab kein bock auf euch schade dass man das schwert nicht mehr aber graden kann ich nur sterben nein nein maus bloß packt nicht herum die knall mich auch und dauernd ab ist ja richtig bull scheiße das schwert ist doch gar nicht so geil irgendwie habe ich hier probleme mit der steuerung mit der tastatur und damit mir war ich mich retten ich muss leben weiß ich mich leben eingesammelt schade das schwert doch gar nicht so wie wie ich mir gedacht habe hätte es doch die autos mit zerstört aber nein man braucht ja tausende hits somit wurde das schwert schon mal schrott und punker so weiter abknallen die typen den auf den typen habe ich kein bock so aufgefallen 8 von 10 pils so jetzt alle in die luft bei meinem besten alle tot oder auch nicht jetzt ein bisschen kampeln ein bisschen fly liegen ist immer schön du stirbt ich hasse diese flieger ich hasse diese flieger aber mein gott der letzte feind ich denke die bulle geht auch ja die bulle geht auch so hier sind schon geschafft noch vier stück übrig geil so jump hier unter arm hermten datensammlungen hier hoch auch ich denke wenn ich alle wir uns nicht schon beendet habe dann ja lässt mich gehen sie in ruhe da habe ich alle auch alle eingänge und so rüber fliegen die aufnahme geht schon länger als eine stunde so nahe jetzt treffen mit treff ich mich mit der kind sie auf dem schiff und danach beendet ich auch die aufnahme die euro überliefer ich bin der luft weiter runter hier unten im hier weil die gehörte weil show schade dass man dort nicht reingehen kann open fülle höher ab super toy shop ja oh yeah dance 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 na schade man kann nicht rein schade 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 egal so rein wieder zurück zum schiff ah ja schön aufgewacht so jetzt geht es nach rechts rüber runter und dann ist man schon da ich sprich mit ja ich mache die meiste arbeiten neues geht wer in der innenstadt nötig die innenstadt freigeschaltet mal schauen habe ich neue kennen sie mich ins ja ich muss wohl alle virus injektionen wenden schade 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 egal auf jeden fall die aufnahme geht schon knapp eine stunde also mit diesen worten beende ich dann auch die aufnahme bis zum nächsten mal und tschüss